Hayaoim yoim tescheshen Nuchum mir zayen san das Shirim finem tug ii sug der Rebbe bi iioyis adoyni uvi moiri verabi ben dalatai haychonam The friedi grebbe sug wa mantate der Rebbe aschabeg yoyim fire der finem juhr Nechnas also keino ya zemich zedek is er herangegangen zimseidem zemich zedek bi sabas koy desh parshas vayayru bi ischilifkes et ungem weinen ba omro i sugandig Er sagt, ist er wehrt, dass der Eibischte sich auf den Basen zu ziehen. Es kommt zu ihm, dass der Eibischte sich auf den Basen zu ziehen. Es passt, dass man lernt, dass er ein Maße ist. Er hat geweint, ein kleines Kind, er lernte Heider. Er will auch sehen, dass er in dem Eibischte, und er weiß nur, warum er will ich. Und er sagt, dass er zu ihm geimpft hat. Ja, warum er will ich, ist anders. Keiner soll keiner lernen. Aber das hat er nicht geimpft. Weil er hat ihm gekannt zu sagen. Aber warum er will ich nicht, wenn er größer Zadig, weil er meilert sich drei Beschlüsse auf den Basen zu ziehen. Du schlägt Bruder. Er sagt, jeder Zadig, wenn er es 90 Jahre alt ist, er macht, er darf sich mal sein, ist er wehrt, dass der Eibischte sich auf den Basen zu ziehen. Jetzt können wir zu allen Märchen, ein bisschen technisch zu erzählen, wo du ihn gewähnt. Der Rebbe Rashab, der früheren Rebbe startet, der Rebbe Rashab, wo er gewöhnt hat, was er gewöhnt hat, von Zemach Zedek. Der Zemach Zedek, der Zayde für Rebbe Rashab, ist nicht mehr geworden, wie er im Gimmel nissen, und er freist die Schuf auf. Der Rebbe Rashab ist geboren, er freist die Schuf auf alle. Das heißt, der Rebbe Rashab, ich meine, ich empfehle mal eine halbe Jahr, wenn der Zayde nifter geworden ist. Der Chuf Gheschen, also wie gesagt, ist gewöhnt sein, im Gimmel des, in er fliegt der Rebbe zum Zayden, vor der Bruche, wo du siehst in der Zeit von Shabbat zwei Euro. Bei Erech, in Parshat zwei Euro, ist jede Jür, Chuf Gheschen. Ist er gegangen, damals, der Pfarrschab der Rebbe ist gewöhnt, vier oder fünf Jahre alt, weil, wenn er gewöhnt, dreieinhalb, hat er gewöhnt, also ich schraube der Rebbe in der Scheme. In Bemaile, ist, die Masse gewöhnt, oder der Chuf Gheschen, zu freist die Schufheit, wenn er ist nur gewöhnt, oder zu freist die Schufheit, wenn er gewöhnt, wenn er gewöhnt ist. Aber Kepunem, ist er an zum Zayden, vor der Bruche, und das hat passiert. Jetzt der Rebbe, der Masse, der zahlt zähnlichemal, zähnlichemal, der Rebbe, allemal der Mann, der Masse, und so wie mit allen anderen Sachen, in der Rosse gehen immer nach Ruhe. Aber man lernt, wer sich bestätigt, wenn der Chavriser von Ayem Yom weiß schon, oder wer sich lernt, nur etwas wusste für den Rebbe, oder etwas gehört, als Bachlau, ist doch jeder dritten Schritt Allah zu Ruhe, und Abay des HaShem. Und der Rebbe sucht allemal lieber von Baal Shem Tov. Und jede Sache, was er hier in Zayden hat, ist er Ruhe, und Abay des HaShem. Allach, es kamen, jede Sache in Teure. in, 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 du redet man von einer Sipper, von einer Zadig, wo es, nachher kann man sagen, ah, also wie Friedermann, äh, Zadig, das ist ein großer Zadig. so, es ist auch, wie der Rebbe, das ist eine große Zadig. Und wir sind nicht schade, zu dem, wo es eigentlich nicht schade ist. Aber, mit uns der Zeilen der Masse, an der Sipper, es ist ungekommen zu uns, denn, es ist doch, du sicher, as sie ungekommen zu uns, das sind so, man den Fernsehmaros leidet. Es zoolittle, warte, wa der Rebbe, ha verbrengen, wa der Rebbe, hadgeret, tough-shinni, im Gimel. Äh, ich will der Mannen auch, als wie bald, in der Meiseach die Junden, der Rebbe, a home, the Zeilen der Masse, he, is jetzt chezert, hainnym, find, es ist, guãoch, gebraren, lamad Bouv, laman Zayen, Und der Rebbe hat gesagt, eine sehr wichtige Sache im Verbrengen, und das ist Aschir in Chinnach. Aber es hat sich gesagt, dass man hier, dass man hier nicht so gut geht, wenn man hier nicht so gut geht, aber es ist so gut geht, man hat einfach, dass man hier ein bisschen mit Chinnach mit Chinnach ist. Also, wir haben uns schon mal einen Tag. Und der Rebbe hat gesagt, die Rebbe hat gesagt, wegen den Nachrichten und den Chishiven von der Union Und die sind in der Zeit, in jeder Zeit. In der Zeit, die man dann auch in der Zeit sagen kann. Aber du, der Mann sagt, dass sie mit dem... Die sagt, dass sie mit dem... ... dass sie mit dem... ... der Rebbe... ... dass sie das lernen können. Man kann es herausfinden, ... von den Schalen und von den Menschen. Wenn man in der Schale sieht, Man sieht es, dass viele Menschen in der Kirche halten. Die Kirche ist nicht so, dass sie vier, fünf Jahre in Kirche sind. Wie der Friedrich-Reber sagt, Jüdische Jüdischen rechnen sich nicht mit einem Passport. Sie können sagen, dass er auf dem Passport ein alter Jüd ist. Mit seiner MS-Jüdischen Jüdischen und seiner Hochnästigen Jüdischen gibt er keine teure Mitzwissen, so wie ein kleines Kind, der sich hinter dem Tisch spielt. Er sagt, dass er viel mehr anwesen hat. Wenn man nicht anwesen hat, dann will man. Der Nachance tut nicht anwesen hat. Wenn man nicht anwesen hat, dann will man nicht anwesen, man will sich nicht anwesen. Jetzt will man nicht anwesen, so wie man sie anwesen hat. Die Kirchenронie zeigt, dass es noch nicht anwesen hat. Wir reden drauf. Wenn man nicht anwesen hat, dass man sich nicht anwesen hat, hat der Koyach die Weile er will den Reibstoff an sich bei Wasen ziehen das ist ich meine die Werte in welchem der Reibstoff er ist er will er ist er will 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 den Reibstoff an sich bei Wasen ziehen das lernt man aus von dem Maße hat der Rebbe der Shabbat geweint bei Dall der Hei Schunen aber dennoch gibt der Ämpfer von dem Zemech Zedig der Ämpfer von Zemech Zedig ist als Aida Zadig zin an an zig Jor ist machlet er darf sich mal zah was heißt das er ist Aida Zadig ab Almadraige er halt schon ban an an zig Jor er schon uget in a so viel la voide in afel peken ist er machlet er darf sich noch mal zahn was heißt mal zahn er rup nemen de orle wo sie verdeckt auf kedishe de orle achi dacke apes be dackes de dackes en nach du apes wo es verdeckt afel peken dafer noch apes moise zahn zah zah ziz de zah du der rebe als er breng de gemur in de mishnam mesecht uvas bem maia ki ili mes wo uva ributel men oylem freg der rebe wo zah shun ne werte bei alla aina beseher ben mishnam 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 iber al is dudu a herrua la mase farn men schweez a zah fin chum mishnam dacke mishnam dacke mishnam as zo gait vater in vater wo zah mesej viz bem maia uva ribut men oylem fartik vuz de pshat is de rebe tach in bem maia mind as a mense gik man zi shleime sabir vah sich be chal es koy chas an efe is dacke du 10 koy chas an efe in jede zene jede eine is kool al 15 chok me bis mal chas de 10 koy chas in jede eine hat er sich 10 pru dacke 10 mol 10 is hindert dacke 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 er er gewon hindert tot er schoen ma vader gemeen ma sacher gemeen alles an a koy chas er hat schoen nishkan chas dacke 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 epasa helem is er machlet as er daf kiemen in afile jene maschi verhechten is er wert as dacke dacke bavazen ziem indus in de wort jeder einer ken un kiemen jeder einer ken beten a dacke 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 bavazen ziem ob raid daf fruer machlet san as er will er daf sich malen er daf herup nemen epes wuss fin san helen daf er well herup nemen epes wuss moisse san as er soll kennen dacke bavazen ziem in dem sich is jeder einer lefima der go sei es is interesant du in dem verbrengen der zeil der rebe och dacke zu wazen auf wie wad wuz ha tzadik is as afile aivran buz beder ach teve keman is schojlet zan is atzadik geshojlet afile av dem in der zail ter as siper veneb mras ab as et aimul hat zich geklugt azer hertnish afein oer ma giegang am at gesicht zi im choyke zah vuz gait fuur vuz sie geshem zan oer hat man ruz gefinn as shabas vene gesug halte mitten sugan am am chesid i geweneb es in de nächste zimmer afein menschen om geshmist a sach was hat him gesteht mitten sugan do mam ar bau der reber schmuss aiden der reber a shab hat gefill san ach chreis daf ma spiel san ches s dus stert dem ot er sik a vege ches as af jenem oe r termen is gehert dat den oe f ni abo si kiman af de saad w sik kiman de schmissen dat dat er is gehert en so is u d reber do ma s fin saddikem wuz am poel gwe nish phil in dam tame nessen wala den efe sh gewalt fil in si gwe ma s fin und das ist bekannt mit dem Maasen in den Maureenheim. Also... ... 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